Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsch ich. Hin und wieder bekommen wir als Tagesauftrag für 10 oder 1K den Auftrag eine Schrotflinte aufzurüsten. Das geht nur bei NPCs und nur bei bestimmten. Auf Anhieb fallen mir jetzt hier Kit in Catty Corner und Patronengurt zwischen Hydro 16 und Slurpee ein. Da ich eh noch nach Catty muss um Steine abzubauen, mache ich das jetzt hier in Catty. So, dort läuft Kit rum, aber auch ein Gegner, den muss ich mir jetzt erstmal vom Hals schaffen, dass ich aufrüsten kann. So, das war es. Die 10K gehören jetzt mir und ich sage danke fürs Zusehen und tschüss bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Gut.